Dies ist ein Hörerlebnis von Goya Litt aus dem Hause Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Den Miesesten Russischen zu verbergen, den man je gehört hatte. Denk nicht mal dran, Genosse, zischte ich. Meine Nerven waren gespannt wie Drahtseile. Ein Schweißtropfen schmiegte sich an seine linke Augenbraue wie der Kopf eines Kaninchens, das nervös über eine Hecke blickt und nach dem Hund Ausschau hält. Langsam ran er an seinem Gesicht hinab und hinterließ eine glänzende Spur. Ich spannte den Hahn meiner beschissenen Spielzeugpistole und es hörte sich an, als hätte jemand eine rostige Bierdose geöffnet. Ich ging davon aus, dass der Plastikhahn abbrechen und zu Boden fallen würde, aber das Geräusch holte den Schießwütigen in die Wirklichkeit zurück, ein Geräusch, dem ich ewig dankbar sein würde. »Runter, verdammt!« brüllte ich, als ich sein Zögern sah. »Ja«, er gehorchte. Ich nahm ihm die Waffe ab und filzte ihn hastig. Mit den Plastikhandschellen, die Polizisten bei Störenfrieden benutzten, fesselte ich ihn. Markus Wachmann zeigte sich vernünftiger und ließ Waffe und Gürtel gleichfallen. Alle, offenbar auch die anderen Wachleute, wirkten erleichtert, als der Schießwütige entwaffnet war. »Es war sowieso nicht ihr Geld. Brinks Incorporated bezahlte diesen Männern nur den Mindestlohn und erwartete trotzdem, dass sie das Geld mit ihrem Leben verteidigten.« Drei Minuten, dann war alles vorbei. Erschreckend, wie einfach es gewesen ist. Als ich das Gebäude verließ, um den Transporter zu holen, beschlich mich ein seltsames Gefühl. Ich war enttäuscht. Drei Jahre Planung, und in den drei entscheidenden Minuten hatten sich alle Bedenken als unerheblich erwiesen. Berge von Geld verschwanden vor unseren Augen in Säcken. Ab und zu hielten wir kurz inne und grinsten einander an. Ich war so glücklich, dass ich mich am liebsten selbst umarmt und geküsst hätte. In weniger als 15 Minuten verstauten wir über 540 Kilo Papier. Ein Olympiareifer-Rekord. 45 Kilo Papier entsprachen rund einer Million Dollar. Mir ist gleich, was alle anderen sagen, aber ein solider finanzieller Anreiz verleiht ungeahnte Kräfte. Es lief jedenfalls gerade bestens, als jemand draußen an die Tür klopfte und wir umgehend erstarrten. Vielleicht hatte uns und unseren überreizten Nerven nur der Wind einen Streich gespielt? Als das Klopfen abermals ertönte, wussten wir Bescheid. Ich legte den Finger an die Lippen und lief hastig, aber lautlos, zwei Stufen auf einmal die Treppe zum Monitorraum hinauf. Sekunden später sondierte ich mit den Kameras die Umgebung vor dem Gebäude. Ich fasste es nicht. Draußen stand ein einzelner Schwarzer, der gegen die Stahltür klopfte. Hin und wieder schien er über die Schulter zu jemandem zu sehen, der im Dunkeln wartete. Könnte er ein Bulle sein, der gerade dienstfrei hatte und nur mal nachsehen kam, ob alles in Ordnung war? Was immer uns durch die Köpfe ging, wir wussten, wir mussten runter und herausfinden, was er wollte. Je länger wir warteten, desto misstrauischer würde er. Würden sie werden.